UNTERTITELUNG Unser Angebot für Serien-Junkies. Das Patrouillenboot HMAS Hammersley, der Royal Australian Navy und ihre Crew kämpfen gegen Gesetzlose auf See. Es waren Piraten. Sie hatten randneue halbautomatische Waffen. Würden Sie mir bitte sagen, was Sie hier machen? Na, Freizeittauchen! Piraten, Drogenschmuggler, Umweltverbrechen. Unter Einsatz Ihres Lebens schützen Sie die australische Gold Coast und das Great Barrier Reef. Spüren Sie das Adrenalin. Sea Patrol bei ebru.